hallo youtube ein frohes neues jahr wünsche ich euch ich hoffe ihr habt silvester gut überlebt seid gut rein gerutscht das erste video 2019 nach unserem frohes neues jahr video aber das erste nun offizielle in dem wir auch was sagen heute in ganz ungewohnter location direkt aus dem trip unlimited schneideraum hinter uns die technik und ich weiß ihr wartet wir müssen ja die gewinner unseres silvester verlosungs gewinnspiels müssen wir ja mal bekannt geben wir haben gesagt wir machen das bis zum sechsten läuft die aktion konntet ihr alle fleißig kommentieren habt ihr auch wir haben ein paar kommentare wir gucken gleich mal wie viele und wie wir da die gewinner rauskriegen und gestern war der siebte da haben wir es nicht geschafft und heute ist der achte morgens und jetzt gucken wir uns mal an wie wir da die gewinner ermitteln machen wir mal an und dann schauen wir mal so auch das neue jahr wieder mit so beginnen immer gut also wir haben 54 kommentare sagt youtube da sind aber auch unsere antworten dabei und teilweise antworten auf antworten deswegen müssten wir eigentlich nur die ersten hier kriegen in unserer verlosung warum falls ihr was kommentiert habt und den kommentar nicht gleich gesehen habt warum youtube der meinung ist hashtag tasse wäre ein gefährliches wort und das müsste vorher überprüft werden und dieser kommentar genehmigt werden das erschließt sich mir nicht das weiß ich nicht so dann wollen wir mal diesen random comment picker hier versuchen dafür brauchen wir die url des videos das ist commentpicker.com habe ich mal ausgewählt und da gibt man hier die url des videos ein filter duplicate users genau also doppelt raus und amount of unique commenters 30 also 30 unique kommentare haben wir das ist ja gut so jetzt müssen wir hier start klicken und dann sollten wir per zufall also ich klicke jetzt so oft start bis alle drei preise weg sind und der jeweils erste mit dem richtigen tag der gewinnt das also auf geht's klick doch das ist ja schick so peter pan peter pan möchte die planar haben und beiden den guten rutsch und den gruß von den lübeckern mit dem 1222 von der ans ja peter pan schön groß nach lübeck zurück hat uns gefreut einen kurzen schnacken mit euch zu haben auf der adventure north side haben wir uns ja getroffen und cool dass ihr mitgemacht hat also du gewinnst die planar herzlichen glückwunsch das hat ja gut geklappt der erste preis zuerst na mensch so wir brauchen einen neuen achso dann müssen wir hier noch mal klingen start und wolfgang fischer wie der zufälle es will habe ich zu weihnachten ein grill lehrgang im juni geschenkt bekommen da passt das weber branding set gut ja super prima wolfgang also herzlichen glückwunsch du gewinnst das weber branding set da das hat ja noch ein bisschen zeit aber im juni ist das wetter auch besser da brandet es sich besser viel spaß bei dem weber grillseminar habe ich übrigens auch schon gemacht war super toll ich habe das auch mal zum geburtstag geschenk gekriegt und da haben wir den ganzen tag gegrillt also die verrückten sachen gegrillt salat gegrillt und fisch und steak und gemüse gemacht und das lohnt sich echt also das hat mir super viel spaß gemacht gut ja viel spaß mit dem weber branding set und jetzt müssen wir noch eine tasse loswerden also mit glück ist der nächste kommentar eine tasse sebastian aha sebastian unser chef kommentator hallo sebastian viele grüße hey ihr beiden gesundes neues jahr und auch auf diesem wege nochmals die besten wünsche für 2019 ja euch beiden auch geben wir zurück auch meine glückwünsche zum nächsten kleinen meilenstein des kanals den ihr völlig verdient erklommen habt ahja damit meinst du die 1500 abonnenten ja super und was der hammer ist heute ist ja der achte wir haben 1600 abonnenten ich weiß gar nicht wo die alle herkommen wir haben alle zu weihnachten zwischen weihnachten und neujahr nichts zu tun gehabt und haben alle nur youtube geguckt aber super herzlich willkommen allen neuen wir freuen uns riesig grüß basti lasst es euch gut gehen und bis bald über eine tasse würde ich mich nochmals freuen da muss ich die mit dem zerbröselten henkel nicht zum dritten mal kleben oh ja ja natürlich also sebastian du gewinnst eine tasse herzlichen glückwunsch wir hatten sebastian schon mal als dank für die ganz vielen tollen kommentare die er immer unter unseren videos da lässt und diese ganz vielen hilfreichen tipps und hatten wir ihm schon mal zwei tassen geschickt und eine davon ist auf dem postweg kaputt gegangen und die hat der sebastian dann in mühevoller kleinarbeit hat ein tassenpuzzle gemacht und hat die wieder zusammengeklebt aber offenbar hat er das schon dreimal gemacht und das ist natürlich das geht nicht also wir werden die jetzt nächstes mal richtig sicher verschicken und ich werde die gut verpacken in einem riesen karton mit ganz viel stoßfestem schaumstoff also du kriegst eine menge müll und eine tasse herzlichen glückwunsch sebastian du musst mir deine adresse nicht schicken weil die habe ich noch irgendwo glaube ich also deine habe ich von den anderen beiden gewinnern ihr müsstet mir entweder eine e mail schicken die e mail adresse ist am ende des videos blende ich sie ein oder mich über facebook uns über facebook kontaktieren und uns eine adresse nennen wo wir das dann hinschicken sollen und dann schicken wir es raus die nächsten tage so aber ich wird eigentlich sollen wir noch eine tasse raushauen susi ist nicht da sie kann nicht schreien komm wir hauen noch eine tasse raus ich bin in geber laune zack wir haben so viele kommentare gekriegt so viele leute wollen eine tasse wir hauen noch eine tasse raus random winner und günter jibben erstmal glückwunsch zu 1500 abonnenten vielen dank günter günter kommentiert auch immer richtig gut und richtig viel vielen dank dafür auch jetzt nochmal an dieser stelle es werden sicher noch einige tausend folgen ganz sicher sogar wir sind ja ehrlich gesagt ganz froh dass wir noch nicht 20.000 abonnenten haben weil dann können wir wenigstens mit jedem von euch vernünftig sprechen und das kommentieren ohne dass wir irgendwie zwei tage die woche dafür aufwenden müssten aber mehr abonnenten mehr gut das ja ist ja eigentlich der einzige lohn für unsere arbeit den wir so kriegen wenn ihr das guckt und euch das gefällt also eine zweite tasse nee ich würde gerne die erste tasse sorry die weltbeste tasse gewinnen ja günter du hast glück gehabt du kriegst eine tasse tolle aktion wo ich doch gerne mal mein glück versuche und das hat dich nicht im stich gelassen gewinnst eine tasse die addon tasse sozusagen aber die ist auch wie alle anderen die weltbeste tasse der welt ich wünsche euch einen guten rutsch in 2019 ja dir ja auch guten rutsch haben wir gehabt ich hoffe du auch und damit sind wir durch damit haben wir alles verlost ich hoffe das hat euch ein bisschen spaß gemacht uns hat es riesig spaß gemacht ich habe mal was neues gelernt hier wie das mit dem youtube random comment picker geht und wir werden das in zukunft bestimmt nochmal öfter machen dass wir einfach mal was verlosen ich finde das lustig das schockt ok so denn bis zum nächsten mal tschüss tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal